So, liebe Fußball-Freunde, jetzt wieder diese Befeuerung. Bevor wir jetzt mit der Siegerehrung beginnen, möchte ich mit einigen Personen hier bedanken, die uns sehr unterstützt, sehr geholfen haben, bei diesem Turnier. Das ist in erster Linie, der Schulrat hier von Katz am Peter. Das ist unser lieber Herwig, der hat das vorige Wochenende schon zwei Tage. Das ist das, wenn wir hier so lange kommen, als für deine Arbeit über diese drei Tage her, das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Das war wirklich toll hier, wo wir gegen Katz am Peter zu spät. Dankeschön, lieber Herwig. Das ist einfach eine große Danke an unsere zwei Schiedsrichter vom heutigen Nachmittag. Das ist der Herr Petstranz und Herr Hüther Thomas. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke an das gesamte Team, die das vorgewogen hätte, ist Antag und Sonntag hier 30 Meter Stunden jeden Tag in der Halle verbracht haben, am heutigen Tag wieder sicher mit den Zusammenordnenden und Wegräumen wieder 30 Meter zu machen, hier in der Halle verbringen. Es ist wirklich sehr viel Arbeit zu haben, um hier zu organisieren, die Vorbereitungssachen jedes einzelne Medaillen müssen wir hier rausgehen, jeden Schülschrank, jedes Essen und alles. Und dafür auch von meiner Seite, in unserer ESGAT, ich will ganz ein bisschen große Danke für dieses tolle Turnier her. Nun, bevor wir nun zu Siegern kommen, möchte ich noch ganz kurz das Mikrofon an unseren heutigen Herbst, das ist der Herr Bezittsrat und ganz eben bei der Leiter Bruno, möchte ich ganz kurz das Mikrofon überreißen. Danke. Danke, Herr Bezittsrat. Liebe Betreuer, liebe Eltern, am heutigen Nachmittag haben wir eigentlich von Ihnen am Spielfeld was gesehen und abseits des Spielfelds, was genau das ist, was ich eingangs erwähnt habe, dass Sie genau die Dinge, die wir beim Fußball nicht sehen wollen. Das hat nämlich mit Fairplay genau nichts zu tun. Wenn es nach dem Spiel von Spielern gegeneinander einen Kopfstoß gibt, nur weil eine Mannschaft vielleicht besser ist als die andere Mannschaft. dass es Streitereien, dass es Raubereien gibt, dass Eltern hier umstreiten. Das ist genau das, was wir eingangs erwähnt haben, was wir beim Fußball nicht sehen wollen, liebe Spieler. Und da tun mir wirklich eure Trainer leid, die sich mit euch das antun, hierher zu fahren, vielleicht mit euch übernachten zweimal. Und die werden sich das, glaube ich, in Zukunft wirklich überlegen, ob sie sich das mit euch noch einmal antun. Wenn das mit dieser Disziplin, beziehungsweise ohne Disziplin, so abgeht, was wir eigentlich vorab besprochen haben, was eigentlich zweimal Tage super funktioniert hat, wo es keinen einzigen Kraftausdruck, kein einziges böses Wort von einem Spieler gegenüber den anderen gegeben hat, dann glauben wir das hier am letzten Tag, am Nachmittag eigentlich auch nicht. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade gegenüber den anderen Spielern, gegenüber den anderen Besäuern, gegenüber den Eltern und Zuschauern, die sich hier die weite Reise ankommen, die mit euch hier bitte erfahren. Und wo euch das Fußballspiel hier zu ermöglichen, finde das wirklich schade. Und das sollte sich jeder Einzelne, der daran beteiligt war, überdenken, dass er solche Dinge, solche Sachen in Zukunft unterlassen. Das Nächste ist, wenn ein Schiedsrichter nach seinem Vergehen eine Anzeige schreibt an euren Fußballverband, kann das genauso auf einem neuen Turnier, lang viele Spiele sterben, ich würde es einmal so aus, nach sich ziehen. Das sollte jedem einzelnen Spieler von euch bewusst sein, dass das nicht nur ein Jungsturnier ist hier, sondern sobald wir Verbandsschnittrichter sind und die machen eine Meldung an euren Fußballverband, das ist egal, wo in Österreich die herkommt. Da haben wir es genau so spüren Geld dafür. Und das sollte wirklich jedem einzelnen von euch bewusst sein. Und das hat wirklich im Fußballverband gar nichts verloren, wie sich. Das ist wirklich schade, für jeden einzelnen Spielern gegenüber, der heute eigentlich versucht hat, seine beste Leistung zu zeigen, der Einsatz gezeigt hat, der fair gegenüber anderen Spielern war. Und ich hoffe, es war für diejenigen, die heute hier beteiligt waren, dass die jetzt wieder darüber nachdenken, dass so etwas nicht mehr folgt. Das würde ich, glaube ich, von unseren Eltern und Zuschauern hier, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz dringend wünschen. Tun nichtsdestotrotz haben wir auch tolle Spiele, tolle Leistungen gesehen. Tolle kampfbedrohende Spiele, viele Einsatz, viele Eigenschaften. Und das hat auch, wie die vorangegangenen Tage in der Wahl schon besten Tourmann zum besten Vorschützen gegeben, bevor wir jetzt die Siege herankommen. Und der beste Tourmann aus dem schönen Kärnten vom Team 06-Gerchen vor. Und das ist immer noch so fertig. So, wir haben heute wirklich eine Mannschaft hier gehabt, die wirklich überragend gespielt hat, wo wir auch gesehen haben, dass hier in der Leistungsgasse spielt. Das war wirklich eine Top-Leistungsgasse, das war wirklich eine Top-Leistungsgasse, muss ich sagen, in einer vierten, wo eine tolle Leistungsgasse spielt. Und natürlich kommt auch der beste Tourschütze von 06-Gerchen vor. Und das ist der Mai-Europa-Basbio-Team. Applaus 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 Gutkommen dann. Siegern, 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 Sie Vielen Dank. 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 Vielen Dank.